Hallo und jetzt willkommen zu Saufpark, der Stab der Wahrheit, Part Nummer 14, das sind wir schon. So, mir haben wir einen Auftrag, trifft Karten von der Drafferne zum kirchenden Esel, um deine Suche nach dem Baden zu starten. Jetzt muss ich mal schauen, wo das ist. Wow, zeigt, ach so, ich jetzt zeigte hier keine Quest, dann stimmt ja. Lein, wo ist die Haltestation hin? Da war doch mal eine Haltestation. Tja, dann gehe ich halt mal zur anderen. Komm, mach doch. Oh, okay, hat sie erledigt. Wow. Oh, okay. So, has, uh, anyone seen the bard lately? Huh. I will be waiting here, to murder him. Remember, the bard can use songs to and chant. Don't let him get to you. Okay. Hey, guck's dir an. Wie die Angst hat der Typ. Ich denke, ich höre ihn. Hallo? Ah, da ist er doch. Was, Timmy? Äh, Timmy? Hä, ist er da? Oh, Jesus, es ist der bard! Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Elf, fall in! ähh Du, Bowang! T foliage super Com, скажindrand GoPro. Du, putting up the lord. Dating Инskirt segundos Und Put куда пл masc favored her? Ich 5,4 cantorten. B datas��pis. Ich 5,5 cantorten, W fmg. T散 mit Besuch as viperämble. Elf, Valentine video. Wir aussi эtony. Ja. Wow. Jetzt bin ich mehr gespannt. Okay. Oh, fuck, so früh. Aber... Ja, Mann. Oh. 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 Oh, damage please. Putz. Oh. 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 Hm. Alter, hör auf. Oh, das ist nicht langsam. Oh. 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 krank stirb junge tschüss aber jetzt muss ich gegen den auch noch da nicht nicht vielleicht ja 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 aus dem keller ja erstmal plünder ich die dinge ja ich soll jetzt da rauskommen also 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 benutze die furzklaner an offenen feuer um zu erzeugen halte die furzklaner ausgewählt hast anziehen mit dem maun ok ok dann mach ich euch halt schnell wer wird ah oh ok ja übertreibst du was pf pf oh mein gott alter alt hat er viel ja komm den muss ich jetzt beseitigen bam die Leute haben jetzt gestorben ok ha da bist du tot junge was waren die sandbälle oh oh jetzt stoppt sie auch noch putz oh 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 so achso hm hm wow wow my ankle I think it might be broken maybe I should take a look at my ankle I think it's twisted you guys go ahead I'm done for happy to heal the thief but I need your command my lord that's how the game works hm ja wir leuchten den schlüssel dafür halt das ist das ding oder kann ich warte mal fuck kenn ich kann ich nicht weil der kann doch heilen bestimmt ich muss ein bisschen überlegen putz ich muss doch irgendwie da rauskommen irgendwie von da oben hm hm er kann heilen ha 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 ok nice good job haof man hat er grad man dann machen wir es halt schnell so kommt die müssen wir loswerden deswegen um da bist du da und du auch hause wegen der andere brennt dafür nur noch einer b egal und tschüss so in einem zimmer ok ja und damit würde ich sagen ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns dann im 15 mart glaube ich wieder also bis dahin hauter den